Hallo bei Arctis.de, das ist ein Dosimeter für das iPhone, was ganz einfach in den Kopfhöreranschluss gesteckt wird und dann kann man Gammastrahlen erfassen, auch mit dem iPhone. Ob das funktioniert, zeige ich euch mal eben. Wir öffnen die App und wir starten den Testlauf, indem ich auf den Button drücke. Man kann maximal einen Zeitraum von drei Minuten testen. Parallel daneben halte ich mal einen Dosimeter, was wir bei uns im Arctislager haben. Ihr wisst ja, wir überprüfen quasi jede Warnlieferung auf Strahlenwerte schon seit Jahren. Und ja, das Ergebnis, also in den Vortests war es ziemlich genau, muss ich sagen, aber schauen wir mal, was die jetzige Messung hier ergibt. Also wir können jederzeit die Messung abbrechen, maximal wie gesagt einen Zeitraum von drei Minuten abbrechen, ganz einfach, indem man wieder auf diesen Start-Stop-Button drückt. Das tun wir jetzt mal eben. Ihr seht schon 0,05 Mikrosievert zu 0,118 Mikrosievert. Das ist ungefähr ähnlich und einigermaßen genau. Ja, das coole Gadget wird es aber trotzdem nicht bei uns geben, weil es ist nicht geeicht und naja, muss man nicht unbedingt haben.